Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten Kaisana auf Wikisana. Herzlich willkommen liebe Zuseher zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat der Tag ins Unbekannte. Zusammen mit meiner Kollegin Susan Freudsheim werden wir heute ein sehr spannendes Thema diskutieren, Leben vor und nach dem Tod. Und dazu haben wir Gäste eingeladen, Andreas Winter, Diana Haas und Thomas Werle. Herzlich willkommen. Dankeschön. Von mir auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Ich denke, dass den Menschen nichts mehr interessiert als ein Leben nach dem Tod. Aber wir werden heute auch über das Thema Leben vor dem Tod sprechen. Andreas, du als Psychotherapeut, als Coach, als Menschenhelfender in Krisenmodus, du hast selber Erfahrungen gemacht mit dem Tod, aber nicht direkt du, sondern deine Eltern. Die sind nämlich gestorben, aber sie sind dann wiedergekommen und das hat den Leben verändert. Das hat mein Leben verändert bereits in der Kindheit. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit dem Bewusstsein, der Tod ist nicht das Ende. Also meine Eltern waren kurz, klinisch tot. Meine Mutter hatte ein Nahtoderlebnis mit 17, Herzinfarkt, sah sich von der Decke, von der Zimmerdecke aus, auf dem Bett liegen, sah wie ihre Schwester sie reanimierte und hatte das Gefühl, lass es sein, ich will nicht wieder in diesen schmerzenden Körper. Irgendeine Stimme sagte meiner Mutter, aber du bist noch lange nicht so weit und zack, war sie wieder im Leben. Seitdem konnte sie den Tod von Menschen vorhersagen. Das hat sie gehasst wie die Pest. Meine Mama ist eine ganz normale, liebe, bodenständige Haustrau, aber sie wusste genau, bei bestimmten Dingen, das ist jetzt eine Todesnachricht und konnte dann auch sagen, wer, wann, wie, wo. Und das fand die sehr, sehr spooky, die hatte da Angst vor. Ich als kleiner Bengel fand das natürlich total spannend. Meine Mutter kann den Tod von Menschen vorhersagen. Und mein Vater hatte auch einen Nahtoderlebnis. Der hatte einen schweren Autounfall, da war ich vier Jahre alt, strömenden Regen, wird da steil bergab in einer Linkskurve aus dem Auto geschleudert, liegt auf der Straße, zieht sich mit aller Kraft Richtung Straßengraben. Dann erschienen da drei Sanitäterinnen, die waren sehr schnell zur Stelle, wollten ihn mitnehmen und hielten plötzlich inne und sagten, nein, der bleibt hier, der hat hier noch eine Aufgabe zu erledigen und rückten wieder ab. Mein Vater, total entsetzt, wurde ohnmächtig, fragt im Krankenhaus den Arzt, sagen Sie, Herr Doktor, das erklären Sie mir mal bitte. Ich liege da schwer verletzt auf der Straße und Ihre drei Sanitäterinnen da, die rückten wieder ab mit den Worten, er hatte eine Aufgabe zu erledigen, was soll das? Und der Arzt sagte, Herr Winter, da waren keine drei Sanitäterinnen. Sie hatten ein Nahtoderlebnis, sie waren mausetot. Und mein Vater so, was? Ab da fing er an, sich mit seiner Literatur über Parapsychologie und Grenzwissenschaft zu beschäftigen, weil er einfach wissen wollte, hat er jetzt einen Dachschaden oder was war das? Als ich mich vor drei Jahren noch mal mit ihm darüber unterhalten habe, sagte er, Andreas, das einzige, was mir damals etwas seltsam vorkam, war das eine von den drei, außer wie meine verstorbene Großtante. Jedenfalls, ich hatte also tatsächlich schon sehr früh Berührung mit dem Thema und habe dann aber gar nicht auf direktem Wege dann irgendwann Geisteswissenschaften studiert, sondern das war mehr so, weil ich so schlecht in Mathe war. Ich wollte eigentlich Radio- und Fernsehtechniker werden, damit ich mir mal einen eigenen Gitarrenverstärker bauen kann. Aber mit einer vier in Mathe wirst du nicht Radio- und Fernsehtechniker, also musste ich halt ein Laberfach studieren. Da habe ich dann aber festgestellt, das finde ich total spannend und mittlerweile, mache ich mir so ein bisschen den Spaß und sage, passt mal auf Leute, wenn ihr wissen wollt, womit ich mich beschäftige, setzt mal das Wort Geist von Geisteswissenschaft in den Plural, dann habt ihr es. Also ich bin Geisterwissenschaftler manchmal und ich habe da eine Erklärung gefunden, um Menschen, die sagen, ja komm, das ist doch alles Einbildung, man kann sich doch viel ausdenken und das ist doch alles nicht real, um denen mal einen kleinen Griff zu geben, wie man das verstehen muss und sagen, ich liebe Eugel immer so mit der Physik, weil die Physik, die schafft meiner Ansicht nach noch einigermaßen zuverlässige Gesetzmäßigkeiten. Ich bin Wassermann, mit Regeln kann ich nicht so viel anfangen, aber gegen Gesetze können wir nun mal alle nichts machen. Und Naturgesetze, da stehe ich nun mal drauf und ich stelle dir mal bitte vor, du nimmst so ein Glas Wasser, erwärmst es auf 60 Grad und rührst ein Candis, so ein Zuckerkristall ein, löst ihn komplett auf. Dann ist er ja im Grunde genommen genau so, wie ich eines Tages auf dem Friedhof bin, wenn ich da lange noch liege, desorganisiert. Der Korpus ist aufgelöst. Jetzt machst du deinen Baumwollfaden rein und lässt es unter optimalen Bedingungen wieder verdunsten, dann hast du danach wieder ein Candis, obwohl er doch vorher eigentlich tot war. Und das ist für mich so ein kleines Experiment, um zu zeigen, den Korpus, den kannst du vielleicht auflösen, aber nicht das, was ihn belebt. Insofern nehme ich das Thema Spiritualität, Geister, wie auch immer man das jetzt nennen mag, Metaphysik sehr, sehr ernst, weil ich sage, das ist ein Naturphänomen. Andreas, da werden wir noch auf dich zurückkommen, zu deinen Erlebnissen mit deinen Klienten, natürlich. Herr Susan, magst du uns auch einmal ein bisschen was aus deiner Kindheit erzählen? Du bist ja auch ähnlich unterwegs gewesen, dass du mit diesen Geistern ein bisschen gespielt hast. Also ich wäre ja froh gewesen, meine Familie hätte ein bisschen was von deiner gehabt. Meine waren eher auf diesem streng katholischen Bereich unterwegs und alles, was ich gesehen habe, lief unter, das ist da nicht, da ist da nichts und das bildest du dir nur ein und alles Schwachsinn. Ausgerichteten Kathole, der an die Auferstehung glaubt, ne? Ja, aber der Katholische darf ja auch nicht mit dem Engel sprechen. Das heißt, ich war dann auch nicht ganz gut mit dem Pfarrer. Insofern, naja, also ich habe viele Jahre nicht gewusst, was ich bin, was ich kann, weil ich einfach immer gesagt bekommen habe, dass ich falsch bin. Ich habe viele Jahre versucht, in die Menschheit zu passen. Das hat auch nicht funktioniert. Und ich habe viele Dinge erlebt, natürlich auch im Bereich des Todes und habe viele paranormale Phänomene erlebt im Bereich, als dann zum Beispiel mein Großvater, meine Oma verstorben sind. Da mir aber keiner helfen konnte und mein gesamtes katholisches Umfeld dachte, ich habe einen an der Klatsche, blieben nur noch so komische esoterische, die mir dann gesagt haben, du hast eine Abspaltung deines Ichs. Damit konnte ich jetzt nun auch nichts anfangen. Und sie haben dann gesagt, je mehr du Angst vor Geistern hast, umso mehr kommen die. Das fand ich jetzt auch nicht so belebend, weil ich hatte ja schon Angst. Außerdem war mein Zimmer mit Blick auf den Friedhof, was es auch nicht war. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte irgendwann von diesem ganzen Zeug die Schnauze voll. Ich habe dann gesagt, also wenn es tatsächlich schwarz und weiße Magie, so hieß es ja damals, dann will ich mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Was mir tatsächlich geblieben sind, sind die Engel. Genau, die sind ja schick. Jeder findet Engel cool. Und Engel sind einfach dann an meiner Seite geblieben. Es hat also wirklich viele Jahre gedauert, bevor ich wieder für mich ausgebuddelt habe, aha, ich kann dann doch mit Verstorbenen sprechen. Ist übrigens sehr geil, wenn du irgendwo bist und die Leute fragen dich irgendwann in der Runde, und was machst du so? Und ich sage dann, möchtest du das wirklich wissen? Und dann sagen sie ja, und ich sage dann, ich bin die, die mit Verstorbenen spricht. Pause. Also ich glaube, wir haben hier alle genug in diese Richtung zu erzählen, aber ich versuche es halt auch locker und leicht zu nehmen, auch wenn mich viele unter Hokus-Pokus abgespeichert haben. Genau das Ziel dieser Sendung, diese Themen locker und leicht und im normalen Kontext zu diskutieren, oder? Apropos normal. Genau, normal. Jana, du bist in Russland groß geworden. Kasachstan. Kasachstan. Und hast auch ähnliche Erlebnisse als Kind schon gehabt mit den Bestorbenen. Du hast einen sehr interessanten Lebensweg hinter dir. Du warst, glaube ich, sogar mal irgendwie in Hospiz. Und hast da gearbeitet und hast schon gesehen, dass dieser Tod, wenn Menschen sterben, etwas bis, Anführungszeichen, nicht nur besonders ist, weil natürlich das Ende ist des Körpers, aber da passiert was Besonderes, Magisches. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen zu deiner Geschichte? Ich habe nicht in Hospiz gearbeitet, jedoch in meiner Zeit der Naturheilkunde habe ich sterbende Patienten damals begleitet. Und da war ich Anfang 20. Die Fähigkeit, die Seelen von verstorbenen Menschen zu sehen, war für mich die ersten 20 Lebensjahre eher eine Bürde. Und plötzlich bin ich in der Naturheilpraxis und alle meine Kolleginnen und Kollegen und Patientinnen und fragen mich Löcher in den Bauch, gerade was diese geistigen Welten anbetrifft. Und für mich war das Erweckungsmoment, dass plötzlich nach 20 Jahren negativ besetzten Fähigkeiten der Hellsichtigkeit und der Heilkraft Menschen mit Offenheit, mit Interesse, mit Ehrfurcht auf mich zukommen und um Hilfe bitten. Und aus Nächstenliebe heraus habe ich mich dann getraut, mich meinen Fähigkeiten zu stellen, den Menschen zu helfen mit Engelbotschaften und Jenseitskontakten und Heilbehandlungen. Und habe dann eben an dieser Begleitung und Erfolgen gesehen, dass meine Fähigkeiten etwas Gutes sind und dass sie negativ besetzt waren vom materialistischen Gedankengut der Ursprungsfamilie eher falsch ist. Und so hat dann meine Berufung gestartet. Und interessant war auch die Synchronicität. Als ich hochschwanger war, in dieser Zeit habe ich nicht nur ebenfalls schwangere Patientinnen angezogen und gut beobachtet, was für Inkarnationsengel begleiten sie und ihre Babys und welche Parallelen gibt es da zwischen meiner Schwangerschaft und der geistigen Welt und das deren. Sondern gleichzeitig hat parallel synchron so viel oder einige Sterbebegleitungen stattgefunden. Und auch im privaten Leben hatten wir unsere Oma zu verabschieden. Und da habe ich gleichzeitig auch an mehreren Menschen beobachten können, wie die Loslassengel die Menschen begleiten und wo sind da parallelen Gleichnisse, so ein roter Faden im Loslassen in der Wiedergeburt im Jenseits. Und ich war da so hochschwanger mit meinem großen Bauch und ich hatte da überhaupt keine Berührungsängste. Ich staunte selber, nachdem 20 Jahre lang für mich jenseits ihr Trauma war, sah ich wie Inkarnationsengel und Loslassengel. Es ist pure Harmonie. Da ist überhaupt kein Raum für Angst und überhaupt kein Grund für Angst. Und diese Zeit auch der Schwangerschaft und der Sterbebegleitungen war für mich nicht nur Zeit meines eigenen Erwachens, sondern einer unglaublichen Heilung mit der Traumatast, die vorher unglücklicherweise passiert sind. Durch falsche Prägungen, belastende Gedanken. Ja, das Thema Tod ist ja etwas, das wir gerne ganz ausklammern. Wir wollen alle alt werden, aber nicht wirklich alt sein. Wir wollen den Tod hier gar nicht so richtig zu Hause erleben. Die Menschen sterben ja in den Hospiz oder in den Krankenhäusern, selten zu Hause. Und in unserem materieistischen Weltbild ist der Tod so etwas Endgültiges. Das wollen wir gar nicht haben. Wir wollen ja hier ewig sein und so weiter. Wobei es ja auch hier Umfragen gibt, dass, glaube ich, nur ein Viertel tatsächlich wirklich ewig sein will, wenn es hier wäre, weil sie dann an Bedingungen knüpfen und sagen, okay, wenn ich, sage ich jetzt mal, nicht das entsprechende Material oder Gesundheit habe, dann will ich dann auch irgendwann eine Ausstiegsoption haben. Ja. Aber wir reden aber auch nochmal in der Kommen. Du hast ja das Thema Engel jetzt angesprochen. Wie siehst du denn mit dem Leben vor dem Leben? Generell mit meinen Nahtoderfahrungen und Jenseitskontakten, weil für mich gab es seit meiner Geburt an kein irdisches Leben ohne jenseitiges Leben. Ist eine große Geschichte, lange Geschichte, war für mich diese beiden Welten immer ein Energiebewusstsein untrennbar. Und das nicht anerkennen dieser feingeistigen Welt war für mich eher das Trauma. Nicht das Erleben der feingeistigen Welt war das Trauma. Vielleicht so ein kleines Beispiel. Interessant ist, dass meine Eltern beide diese Fähigkeiten auf verschiedene Weise mit in die Wiege bekommen haben. Und ich habe also von beiden genetischen Kanälen diese Fähigkeiten aufgenommen. Gleichzeitig durch damalige sowjetische Prägung, politische Verfolgung, Kommunismus, empathielose Erziehung, die sehr offensichtlich auch ist, hat man in unserer Familie diese Gaben eher verdrängt zum Selbstschutzen. Und um möglichst, dass ich mich dafür nicht öffne, war das zwar aus materialistischem Blick, aber genauso im religiösen Dogma, sprich nicht drüber, im katholischen du kommst in die Hölle und im materialistischen du kommst in die Klapse. Und mit dieser Prägung, sei still, bin ich, ja, meine Jugend, Kindheit und Jugend mit diesem Gefühl verbracht, ich bin sowas von falsch, ich bin sowas von böse, weil ich das alles sehe. Und irgendwann im Grundschulalter habe ich mich, erinnere ich mich noch ziemlich genau, bewusst, wie ein Kind sich entscheiden kann, bewusst entscheiden kann, dafür entschieden, nicht mehr darüber zu reden, auch wenn ich das nicht abschalten konnte, sondern sozusagen dieses Leid mit mir selbst auszumachen. Ich erinnerte mich, als introvertiertes Kind habe ich beim Besuch von Verwandten, bei den Verwandten endlich mal eine Freundin gehabt und mit ihr auf dem Spielplatz gespielt. Und dann, ich spielte und ich hatte so ein edentlich kaltes Empfinden auf der Haut, so ein klebriges, unangenehmes, wie, ja, als ob du Leben begraben bist, bildhaft gesprochen. Und dann schaute ich intuitiv, als ob mich was gerufen hat, in diesen hohen Gebäuden auf ein Fenster. Und ich sah da einen jungen Mann, der sehr, sehr krank ausgesehen hat, traurig auf den Spielplatz hinunterschaute und in diesen sowjetischen Hochbauten. Und diese Freundin habe ich gefragt, wo wohnst du nochmal? Und sie zeigte auf diese Wohnung. Und dann meinte ich, und wer ist das? Ein Verwandter? Und sie staunte, meinte, nein, wir haben da keinen jungen Mann. Und dann ist sie nach Hause und am nächsten Tag hat sie mir erzählt, das ist der Vorbesitzer oder Vormieter dieser Wohnung, der dort auch verstorben sei. Und das heißt, er war immer noch in der Wohnung, todtraurig, seine Seele hat nicht ins Licht geblickt, nur in Mieter sind da. Aber er ist ja in diesem Seelenzustand geblieben, in dieser Emotion der Trauer, hat gar nicht gemerkt. Wir merken ja oftmals gar nicht, dass wir gestorben sind. Wir sind ja nicht tot im Jenseits und in der Astralwelt. Und die Mutter dieses Mädchen sagte, ja, so, das war der Vormieter, aber mit Jana darfst du jetzt nicht spielen, die ist komisch. Mit ihr hat auch keiner gespielt. Ich habe die Eins, sozusagen, und für ein Kind eine mitgespielt zu haben, Freundin, ist ja sowas Wichtiges. Und das war für mich so ein trauriges Erlebnis. Schlüsselmoment, die Ausgrenzung. Schlüsselmoment, jetzt rede nicht darüber. Und zu entscheiden, ich will das nicht sehen, das konnte ich nicht, weil das dermaßen von sowas zu mir gehört. Und gleichzeitig wollte ich das auch nicht, weil ich immer eine innere Stimme im Herzen hatte. So eine Gewissheit, für irgendetwas wird es gut. Auch wenn ein materialistisches Weltbild bis dahin mir natürlich da keine Orientierung oder Hoffnung geben konnte. Jana, da gibt es eine gute Geschichte von dir. Ich glaube, du hast es mir mal erzählt. Meistens, wenn du mit dem Auto fährst, fährst nicht du, sondern dein Mann. Weil du nicht weißt, ob der Mann, der über die Straße geht, ob du jetzt da drüber fahren darfst oder nicht. Ich muss mich sehr erden, ja. Weil du ja die Verstorbene genauso siehst, wie wir die Lebenden. Heute ist es nicht mehr so anstrengend. Ich habe es drauf, den Schalter ein bisschen zu reduzieren. Beim Kochen muss man sie nicht unbedingt sehen. Aber es gehört natürlich dazu und ich möchte es auch nicht missen. Sonst ist es so einseitig. Thomas, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, über deine Entwicklung, über dein Leben, über dein Medium. Du bist ja ein Tausendsaster, wenn ich da so lese, was du alles machst. Von Dimensionswanderer, Sehnenflüsterer, Aurachirurg, Alchemist, Coach etc. Aber eigentlich bist du ein Tieftrans-Medium. Das heißt, wir werden von dir in der zweiten Hälfte vielleicht noch eine Demonstration bekommen heute, wenn du dich mit dieser geistigen Welt verbindest und die dann durch dich sprechen. Das wird bestimmt ganz spannend werden. Aber wie war denn dein erwachsenen Werden? Es war für mich spannend von dir zu hören, von einem Elternteil, Andreas, der den Tod voraussagen konnte. Das war bei meinem Vater auch so und auch erzkatholisch aufgewachsen wie du, Susan. Meine Eltern waren nicht dagegen, aber man ging einfach jeden Sonntag in die Kirche und das wurde alles sehr stark zelebriert. Und ich bin eigentlich ein Spätberuf. Ich fühlte einfach immer früher, ich war früher in der Jugend sehr picklig und ich war übergewichtig. Und da war ich natürlich ein gesundes Fressen für meine Mitschüler und Mitschülerinnen. Da wurde ich gepiesaugt. Und ich konnte einfach nie richtig böse sein. Ich fühlte immer diese Liebe zu allem und zu allen. Das war so mein, ich sag mal, universelles Gefühl, das ich da hatte. Und mein Erwachen geschah eigentlich erst im Jahr 2004. Also ich fand das früher immer ganz toll, zu medialen Sitzungen zu gehen, wie da die Namen kommen und Beschreibungen. Ich fand immer auch das super Beruf. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, das auch zu tun. Bis damals eine gute Freundin zu mir sagte, ich habe ein tolles Medium kennengelernt, du musst an eine Sitzung gehen. Dann ging ich dorthin und das war eine gute Sitzung. Und zum Abschluss sagte dann dieses Medium, weißt du eigentlich, was du alles kannst? Ich sagte, nein, du bist mindestens so weit wie ich, nur nicht ausgebildet. Ich habe gesagt, gut, was heißt das? Ich habe gesagt, gut, lass dich ausbilden. Und das tat ich dann und dann entfaltet sich alles sehr, sehr schnell. Also das war richtig so in der Pipeline. Und ich habe mich dann sehr, sehr stark ausgebildet. Und kam dann im Jahr 2009 auch in Kontakt mit der Trance. Also zuvor wollte ich mir von Trance nichts wissen, habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Ein Medium sagte mir auch, ja, in der Aura, ich sehe, du hast da Begabung. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Weil ich habe da den Fehler gemacht, dass ich dachte, Trance hat mit Kontrollverlust zu tun. Genau. Ich habe gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Und ich kann mich an einen guten Traum erinnern, das ist sehr, sehr lange her. Da habe ich im Traum gesprochen und ich habe bewusst die Zähne zusammengehalten, damit der Jahr nicht gesprochen wird. Und dann im Jahr 2009, wie gesagt, das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich ein englisches Medium an einer Trance-Demo erleben durfte. Und das war atemberaubend. Ich habe gesagt, das will ich, genau das will ich. Und dann ging ich an den ersten Workshop und dann ging das auch ruckzuck, bum 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 bum, entfaltete sich alles. Und ich sage mal, seit 2011 bin ich unterwegs als Transmedium und seit etwa drei Jahren als Tief-Transmedium. Wie war denn als Kind, warst du das Thema Tod, hat du das schon immer interessiert, das Thema Kommunikation mit Verstorbenen? Ja, hat mich schon immer interessiert und auch das Sehen von Verstorbenen. Also ich kann das heute ein- und ausschalten, wenn ich möchte. Also die kommen, die sind nicht einfach jetzt da, sondern ich habe gelernt, das zu regulieren. Weil ich empfinde das als störend, wenn da plötzlich so, ist das jetzt Susan oder ist das jetzt deine Mutter, sofern sie in der geistigen Welt ist. Ich habe gelernt, das ein- und auszuschalten. Aber ich habe als Kind auch immer Interesse gehabt an diesen mystischen Themen und an diesem ganzen, was kommt nach dem Tod. Ich habe immer gedacht, ich kann das nicht, so wie Jana, dass sie quasi wirklich die physisch vor sich sieht. Das habe ich auch nicht. Dadurch, dass ja so viele Jahre immer gesagt wurde, dass ich falsch bin, war es für mich wirklich so, dass ich erstmal wieder für mich zulassen musste, dass ich das tatsächlich kann. Also da kam immer wieder das innere Kind mit, das kann ich nicht, auch Trance. Ich habe immer gedacht, also bevor ich jetzt irgendwie schlafend auf irgendeinem Sessel liege und überhaupt nicht mehr mitkriege, was hier abgeht, lassen wir das lieber. Und ich habe wirklich gedacht, man muss bestimmte Dinge tun, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kann das auch ohne das, was sie immer gesagt haben, was man tun müsste. Das ist schon sehr spannend. Aber neben, dass ja die Toten angeblich immer unter uns sind und zusehen können, haben wir heute eine sensationelle Sängerin wieder dabei, die Juli Lea, die natürlich hier für entsprechende Klänge sorgen wird. Möchtest du uns ein Lied präsentieren, das ihr jetzt in diese Runde passt und auch für die Jenseitigen einen richtigen Spaß bringt? Sehr gerne. Es ist aus meinem Album Ich bin dein Herz, heißt das Song. Ah ja. Sehr schön. Applaus Ich schlage pro Sekunde circa einmal Minuten, Stunden, Tage, Jahr für Jahr. Niemals mach ich mal für dich nen Break, egal was kommt, ich bleibe stark. Auf der roten Umlaufbahn des Lebens folge ich einem simplen, gleichen Plan. Ich hab die rote Kraft durch deine Wehen, vertrau mir, ich bin dein bester Mann. Hörst du mich? Ich bin dein Herz. Ich bin dein Herz. Ich bin dein Herz. Ich bin das Zentrum deiner Welt, das dich am Leben hält. Ich prum, 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 kubel in dich. Manchmal fühl ich dich gern in die Irre Manchmal bin ich total sonnenklar Ich peitsch dich in die allerhöchsten Höhen Lass dich fallen, bleib trotzdem da Wahre Liebe ist mein Elixier Echte Wünsche mach ich für dich klar Nur wenn du mich verschließt, kann ich zerbrechen Offen bin ich deine beste Wahl Hörst du mich? Ich bin dein Herz Lass deine Seele beben, spürst du mich? Ich bin dein Herz, hab dir so viel zu geben Ich bin das Zentrum deiner Welt, das dich am Leben hält Ich pumpe, 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 lieb in dir Hörst du mich? Ich bin dein Herz Spürst du mich? Ich bin dein Herz Ich bin das Zentrum deiner Welt, das dich am Leben hält Ich pumpe, 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 lieb in dir Ich bin dein Herz, hab dir so viel zu geben Ich bin dein Herz, hab dir so viel zu geben Ich bin dein Herz, hab dir so viel zu geben Ich bin das Zentrum deiner Welt, hab dir so viel zu geben Ich bin dein Herz, hab dir so viel zu geben Ich bin dein Herz, hab dir so viel zu geben Hörst du mich? Ich bin dein Herz Ich bin das Zentrum deiner Welt, das dich am Leben hält. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Juli Lea, ich bin dein Herz. Das trifft es natürlich am Punkt, weil das Thema Tod hat natürlich was mit Herzensangelegenheiten zu tun, wenn man seine Liebsten verliert. Andreas, ich möchte gerne mal mit dir sprechen, weil wir haben ja das Thema auch ein Leben vor dem Tod oder vor dem Leben. Du hast ja Klienten, die vielleicht irgendwelche Trauma mitbringen, die vielleicht aus einem vorherigen Leben stammen. Kann das sein? Ja, ich bin ein tiefenpsychologischer Ursachenanalytiker und schaue also immer, wann hat es angefangen? Was ist los bei dir und was ist der Ursprung? Und tatsächlich finden wir meistens den Ursprung in den ersten drei Jahren des Lebens, Abzeugung, weil wir in dieser Zeit noch kein Zeitempfinden haben. Das bedeutet, alles was wir wahrnehmen, halten wir kontextuell für ewiglich und da kann man sich natürlich normalerweise nicht so ohne Hilfe daran erinnern. Aber es gibt natürlich auch Klienten, da kommt man da noch nicht so richtig weiter. Ich erinnere mich an einen Fall von einer Frau, die wollte Heilpraktikerin werden und hat auch schon zehn Jahre lang, war die eingeschrieben in der Heilpraktikerschule und die hat irgendwie immer die Prüfung rausgezögert. Und die kannte ihren Stoff, die hatte ihr Handwerkzeug dabei, aber die hat die Prüfung nicht gemacht. Und dann beantete sie mich um Hilfe, weil sie sagte, so eine Blockade sitzt irgendwie, ich bin doch nicht bescheuert. Und dann fanden wir heraus, dass sie tatsächlich in einem früheren Leben, zumindest kam es ihr so vor, das ist ja erstmal ein Modell. Wir müssen erstmal davon ausgehen, wenn wir überhaupt leben, das ist ja tatsächlich ein bisschen strittig, ob wir überhaupt leben, denn unser Körper lebt nicht. Die Atome, aus denen wir bestehen, lebt nicht und das, was ihn belebt, lebt ja eigentlich auch nicht. Aber gehen wir erstmal davon aus, es gibt Leben, dann ist das ja ein Vektor, eine Formel, ein Muster. Das ist ja das, was ich vorhin mit dem aufgelösten Kandis erklärt habe. Ich habe mal einen Vortrag gehalten, der heißt, wir leben nur einmal, aber ewig. Das heißt, wir werden immer wieder inkarniert in diesem Denkmodell und die fand sich dann tatsächlich irgendwie als Heilerin in einem Dorf und hatte den Auftrag, die Mutter vom Dorfchef, Bürgermeister oder was auch immer zu kurieren. Die war aber schon über 90 und da war nicht mehr viel zu holen, der Körper war einfach am Ende und sie konnte der nicht helfen und dann waren alle sauer und haben sie dann irgendwie verbrannt. Und damit war ihr klar, wenn ich jetzt demnächst wieder Heilerin, Heilpraktikerin bin und dann einen Fehler mache, dann blüht mir ja Schlimmes. Aber mittlerweile sage ich, wir werden ja wahrscheinlich nicht nur einmal vorher gelebt haben, weil wenn wir von Physik sprechen, dann wirklich ganz, ganz oft. Das heißt, wir sind alle schon mal vom wilden Tier gefressen worden, wir sind alle schon mal verhungert, dann müssten wir doch alle eigentlich in diesem Leben Angst vor wilden Tieren haben und alle ein schweres Übergewicht, damit wir nicht nochmal verhungern. Das ist aber nicht der Fall. Also gehe ich erstmal davon aus, es muss in diesem Leben ein Trigger gegeben haben. Es muss in diesem Leben etwas auf den roten Knopf drücken, der kann vielleicht schon, keine Ahnung, 100 Jahre, 1000 Jahre alt sein. Aber das Gefühl, ich bin erneut in einer lebensbedrohlichen Katastrophe, muss angetriggert werden. Und das war bei dieser Frau tatsächlich ihre Geburt. Die hatte einfach eine schwere Geburt. Und die Geburt, muss man wissen, dauert ja natürlicherweise so 20 bis 30 Minuten bei einem nicht zivilisierten Mensch. Nur bei den Zivilisierten, wo wir Befürchtungen haben, Ängste haben, wo wir alles richtig machen wollen, einen Perfektionismus entwickeln. Erstmal warten, bis der Arzt im Zimmer ist, bevor wir dann die Presswehen geschehen lassen oder was auch immer. Da können die Geburten natürlich katastrophal lange dauern. 3, 4, 5, 6, 36 Stunden, habe ich es neulich mal von einem Klient gehört. Man muss sich vorstellen, das Geburtssignal, das ist ja ein Paniksignal vom Baby. Sauerstoff wird so knapp und dann haut es die Wien raus. Das heißt, die hatte eine entsprechend schwere Geburt. Das heißt, da wurde dieses, du machst einen Fehler, das, was du da vorhast, geht nach hinten los. Das wurde da angetriggert und das konnten wir also beides ganz gut auflösen. Sie hat die Prüfung gemacht, sie hat die Prüfung bestanden und jetzt ist alles gut. Das heißt, unsere Leben vor dem Leben haben uns gar nicht so stark zum Interessieren. Wir wissen nur, dass wir ewig sind. Nein, also ich denke schon, dass wir Erfahrungen sammeln, so ähnlich wie das erste Schuljahr, das zweite Schuljahr, das dritte Schuljahr durchaus schon interessant ist, wenn du die vierte Klasse auch bestehen willst. Und deswegen glaube ich auch, dass wir, Stichwort Leben vor dem Tod, unser Leben auch tatsächlich möglichst zur Erfüllung bringen sollten, weil etwas, das nicht erfüllt ist, das ist so ein bisschen wie ein Akku, der nicht entladen ist. Da sind wir wieder bei der Physik, wenn du ein Potenzial hast, eine Spannung hast, die nicht entladen ist, dann agiert die natürlich weiter. Das heißt, wenn du am Lebensende das Gefühl hast, ach, ich hätte doch lieber dies und jenen heiraten und Fußballer werden sollen und ein Buch schreiben habe ich aber nicht, ich war Bürokauffrau und so weiter. Nichts gegen die Bürokauffrauen, ne? Entschuldige mal, ich habe da auch Bürokauffrau gelernt. Jedenfalls, wenn du das Gefühl hast, das war es eigentlich noch nicht und du versterbst dann, dann muss man sich doch nicht wundern, wenn diese Spirits sich dann irgendwann nochmal bei Medien melden und sagen, hallo, ich bin nicht erlöst. Und ich halte es persönlich auch immer für ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich zünde jetzt meine Kerze an und dann gehst du ins Licht. Das ist so ähnlich wie, wenn der Arzt ankommt und sagt, komm, nimm eine Aspirin und hau wieder ab. Du kommst doch wieder, es ist doch nicht erledigt, das Thema. Sodass ich, wenn ich spirituell arbeite, das ist nicht so ein normaler Bestandteil meiner Arbeit, aber es kommt schon sehr oft vor, dann auch immer versuche, die Verstorbenen zu erlösen, also zu therapieren. Wenn da also so jemand proaktiv durchkommt, dann hat er hier einfach flicks einen Grund. Also frage ich ihn, was brauchst du, warum bist du hier, warum ausgerechnet bei dem oder bei mir oder was auch immer, was ist deine Botschaft? Und dann kann ich ganz normal mit meinen ganz normalen analytischen Werkzeugen natürlich auch dem Spirit helfen, dass er seine Erlösung findet. Mir ist das doch egal, ob jetzt gerade jemand einen Körper hat oder nicht. Ich bin Geisteswissenschaftler, bin ich Körperwissenschaftler. Jana, wie siehst du die Themen? Leben vor. Dem Leben. Ich bin da ganz nah bei Andreas. Unser allerjenigster Wunsch und die Selbstbestimmung ist ja die Liebe. Und dieses Bewusstsein der Liebe ist ja unser Kompass im Diesseits, wie auch im Jenseits. Und wie wir diesem Bewusstsein noch näher kommen, im Diesseits wie auch im Jenseits, ist natürlich ein individueller Ausdruck, auch wenn es natürlich einen roten Faden in gewisser Weise überall gibt. Und es ist natürlich nicht in Ordnung zu sagen, nur so ist es richtig oder nur so ist es falsch, sondern der Mensch ist so ein komplexes Wesen. Das, was für dich richtig ist, muss für den anderen nicht sein, und zwar ist es nicht eine Frage des Bewusstseins, sondern es ist eine Berechtigung. Es ist eine Berechtigung, dass jeder individuell anders sein darf, weder besser noch schlechter, sondern nur anders. Das wäre eine interessante Erkenntnis für alle eigentlich, dass man sagt, jeder ist so, wie er ist, perfekt. Und ich bin zum Beispiel oftmals eher nüchterner, sachlicher, analytischer. Diese Seite brauche ich auch bei all dieser Sensibilität und Emotionalität. Und diese Vorstellung, die mir im Westen begegnet ist, durch die Religion, einmal sehen wir uns da oben wieder und feiern ein Fest, trinken Kaffee und Kuchen sozusagen. Das war für mich, ich komme ja aus atheistischer Vorstellung, analytisch auch nicht nachvollziehbar, nach dem Motto, was soll das? Das Gleiche hier, das Gleiche da oben, besteht das Leben nur aus Kaffee und Kuchen oder was? Das wäre doch super. Dann wäre irgendwie die Schöpfung ein bisschen unkreativ. Und dann, ich muss sagen, ich hatte bei all diesen atheistischen Faktoren sehr wenig Liebe und Empathie und das soziale Gefüge in meiner Kindheit und Jugend erlebt. Und irgendwann kamen unser Aussiedlerheim, auch Jugendamt und ich hatte, das Beste, was mir passieren konnte, war quasi Glück im Unglück. Das Jugendamt sagte, dieses Zimmer für euch Aussiedlerfamilie ist viel zu klein, ihr Kinder seid schon Teenager, es muss sich was verändern. Und dann hat man mich in ein katholisches Mädcheninternat geschickt. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, tatsächlich. Die Nonnen haben mich zur Brust genommen, ich hatte Struktur, ich hatte Unterricht, ich hatte Deutsch in dieser kurzen Zeit gelernt. Und ich hatte dort das soziale Umfeld und mich hat niemand gezwungen, zu Beichte zu gehen, sondern als Saussiedler hat man Freischein. Und ich habe mich auch geweigert und immer gesagt, drei Tage in Deutschland, ich spreche kein Deutsch, was soll ich da beichten. Und weil so einen fremden Onkel sein Herz zu öffnen, war für mich schon schräg, mit 14 Jahren, muss ich sagen. Aber da mich niemand zu etwas gezwungen hat, hatte ich auch nicht so diese negative Meinung darüber, sondern einfach neutrales Beobachten. Und ich muss sagen, das Schönste in dieser kurzen Zeit, wo ich da war, waren tatsächlich die Sonntagsmessen. Ich habe nicht nach dem Text gehört, für mich war das Emotionale so wichtig, dieses Rituelle, dass wir als Freundinnen, so als Gruppe, quasi eine Ersatzfamilie, etwas Gemeinsames erlebten und natürlich auch die Aktivitäten. Und so habe ich immer mir mit dem Herzen diese Gebete und Lieder gehört und dieses analytische Ruhen lassen, aber nicht vergessen. Und damit habe ich einfach beobachtet, wie fühle ich mich dabei und was geschieht im Gesichtsausdruck anderer und damit intuitiv auch beobachten können, wie reagiert die Aura darauf, die Engel darauf etc. Und da öffnete ich mich der westlichen Kultur, das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, die Integration. Und die Mentalität eben auch anzunehmen oder sich dem zu öffnen und auch solchen Gesprächen auch zwischen Lehrern und Schülerinnen mich geöffnet. Und da erlebte ich immer wieder diesen Hinweis, der Trost ja auch den Menschen gab, im Jenseits sehen wir uns wieder und dann geht es uns allen gut. Und ich fand dieses gute Gefühl, was den Menschen mit diesem Bild, wir haben uns nicht für immer verloren mit dem Tod, fand ich diese Vorstellung, dieses Gefühl schön, aber es muss trotzdem alles einen tieferen Sinn ergeben. Und meine hellsichtigen Beobachtungen dann im Erwachsenenleben waren doch tatsächlich so bestätigend, wie ich das auch nachvollziehbar fand, dass wir mit dem Lebenssinn auf dieser Erde sind, uns selbst wahrzunehmen in dieser irdischen Materie und unser Seelenpotenzial durch unsere Seelenstärken, Persönlichkeitsentwicklung hin zu noch mehr Liebe zu entwickeln. Und das müssen wir selber und in dieser Resonanz müssen wir natürlich auch im Jenseits selber. Aber wir können uns im Jenseits theoretisch helfen. Und diese romantische Vorstellung, ich halte an meinem Mann im Jenseits fest oder an jemand anderem, war für mich auch so ein bisschen so komisch, da bin ich nicht romantisch genug, weil ich denke mir, ich bin selber geboren, ich werde auch selber sterben. Ich bin ohne meinen Mann geboren, ich werde auch an meinen Mann gehen. Das ist halt einfach etwas ganz Menschliches. Menschen denken, sie müssen das festhalten. Aber ich bin auch eines Besseren belehrt worden, weil natürlich die persönliche Entwicklung geht individuell in einem selbst. Aber es ist so schön wirklich zu sehen, dass nicht alles nur so ist oder so, sondern sowohl als auch, ich erinnere mich an eine Seminarteilnehmerin, die zu mir kam und sagte, ja, heute ist ein Jähriges, seit ihr Mann gestorben ist, ganz plötzlich, sie konnten sich nicht wirklich verabschieden. Und das war eine große Liebe. Und ob ich ihr was Tröstendes sagen konnte. Und ich habe in ihre Aura hineingeschaut, in das Licht, die Seele ihres verstorbenen Mannes aber an ihrer Seite gesehen, symbolisch natürlich als Ausdruck seiner Gefühle mit einem riesigen roten Rosenstrauß. Und ich habe das Bild so beschrieben, wie ich das gesehen habe, weil, was willst du, das ist nun mal so. Und dann fing sie an zu weinen und sagte, zu jedem Hochzeitstag war das sein Ritual, rote Rosen zu schenken. Und irgendwann sagte sie ihm, ach, wir sind schon so lange verheiratet, lass das sein, kann ich als Frau natürlich nicht nachvollziehen. Und in dem Moment, wo es eben vorbei war, hat sie das natürlich vermisst. Und seine Botschaft war, bevor sie mir das erzählte, ich werde nie aufhören, dir rote Rosen zu schenken. Das bedeutet, dich zu lieben. Und das bedeutet, er wartet auch auf sie, um sie zu unterstützen, weil sie es braucht. Ich habe in meiner Berufserfahrung, ähnlich wie bei Andreas, ich habe ja erst mit Engeln angefangen, weil Engel einfach der Einstieg in die Spiritualität sind und Menschen einfach viel einfacher Engel nehmen können wie Verstorbene. Und über die vielen Jahre, mit denen ich jetzt schon, oder die ich auch auftrete und Verstorbene durchgebe, hat sich das verändert. Weil heute arbeite ich nur noch mit Hinterbliebenen und es findet eine Heilung im Hier und im Jenseits statt. Das heißt, wenn sie anfangen, nicht nur, dass ich weiß, mein Mann ist neben mir, im Jenseits, er ist immer da, sondern wenn sie anfangen, miteinander zu arbeiten, dann passiert das Bewusstsein hier und das Bewusstsein da. Und beide Seiten haben im Endeffekt die Möglichkeiten, wirklich weiterzugehen. Und das ist was, was für mich ganz, ganz spektakulär ist. Aber ich würde jetzt an diesem Moment natürlich eins sagen, lassen wir uns doch einmal die geistige Welt selber erklären. Oder, Thomas, willst du so weit? Das wäre doch toll. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu dem Kommunikator, der durch mich spricht. Das ist ein Wesen, das sich als Kaius identifizierte und sagte, das ist nicht der Name, sondern das ist der Wortlaut, der am nächsten seiner Schwingung kommt. Kaius. Dürfen wir dich ansprechen oder lassen wir ihn einfach sprechen? Was du willst. Okay. Was du willst. Das heißt intuitiv, wenn irgendwas kommt? Ich bekomme eh nichts mit. Also von dem her. Also von dem her. Ja, zuerst hatte ich einen anderen Kommunikator, der hat sich dann verabschiedet. Und der wird auch wieder inkarnieren im Januar nächsten Jahres. Und dann kam dieser Neue, von dem ich zuerst gar nichts wissen wollte, weil ich gesagt habe, ich will meinen alten Kommunikator. Aber in der Zwischenzeit sind wir auch gute Freunde geworden, von dem her. Okay, dann lassen wir uns überraschen. Ich brauche ein paar Minuten, bis ich in diesem Zustand bin. Und sobald er bereit ist, wird er... Können wir in der Zwischenzeit weitersprechen? Sprech dir weiter. Genau. Julia, also dieses Thema Herz. Ich glaube, dein Vater ist ja auch schon verstorben, oder? Nee, der ist noch am Leben, aber meine Mutter ist von hierher gestorben. Und die hat sich auch bemerkbar gemacht im Nachhinein über meine beste Freundin und hat gesagt, mir geht es gut. Und deswegen weiß ich, dass sie mich da auch nochmal sehr in diese ganzen Richtungen geschubst hat, weil das schon meine Berufung ist hier. Berufung, das ist überhaupt ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, wir die ganze Zeit sprechen über diesen Ausdruck, seinen Weg in Liebe zu gehen. Und das kannst du wahrscheinlich mit deiner Berufung, mit deinen Talenten wohl am besten. In dem Leben, im vorigen Leben und im nächsten Leben. Oder, Andreas? Ja, mir geht jetzt gerade eine ganz andere Sache durch den Kopf, wo du das gerade sagst. Aber ja, ich bleibe erst mal dabei, wir drücken, wir versuchen uns immer auszudrücken. Wir versuchen immer, Äquilibration hinzubekommen. Und wenn es uns nicht gelingt, nehmen wir halt einen erneuten Anlauf. So können zum Beispiel eben auch im negativen Sinne Blockaden, chronische Krankheiten oder sonst was entstehen. Aber im positiven Sinne versuchen wir natürlich auch immer, der Mensch zu sein, der wir sind, von Leben zu Leben zu Leben. Aber was mir gerade durch den Kopf geht, und das passt vielleicht trotzdem ganz gut. Gut, ich hatte erzählt, also meine Eltern, beide Nahtoderlebnis, und meine Mutter ist dann verstorben im April 2017. Und wie ich die Nachricht bekam am Telefon, ich war in Basel auf Vortragsreise, dachte ich, okay, jetzt werde ich erst mal eine Stunde heulen. Aber so wie ich den Hörer auflegte, war sie da und sagte, also wegen meiner musst du jetzt nicht heilen, mir geht es gut. Und ich möchte auch nicht, dass du traurig bist. Und ich dachte, klar, die haben mir meine ganze Kindheit übergesagt, der Tod ist nicht das Ende. Wie es ist, meine Mutter verstorben. Und gut, okay. Ich fuhr dann nach Deutschland, da waren dann schon alle versammelt, mein Vater, Schwester und so weiter. Und dann sagte mein Vater zu mir, möchtest du sie, möchtest du ins Krankenhaus? Und ich denke, was soll ich denn im Krankenhaus? Und er sagt, ja, möchtest du sie nochmal sehen? Und ich, ach so, ich kann meine Mutter nochmal sehen. Klar, ich hatte sie zwei Monate vorher zuletzt gesehen. Und dann erschien sie mir wieder und sagte, ach Andreas, was willst du dir denn angucken? Willst du dir meinen toten Körper angucken? Wofür? Du hast mich doch hübsch in Erinnerung, oder? Ja, meine Mutter war immer eine sehr attraktive Frau und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, nee, also ich bleibe hier. Ich glaube, Mutti möchte gar nicht, dass ich mir das angucke, weil was soll ich mit dem Bild in meinem Kopf? Er sagt, ja, das passt zu ihr. Und dann sagt er, so, ich habe Kaffee gekocht, der ist fertig. Und Mutti hatte Kekse gekauft, große Dose Kekse, letzte Woche erst noch. Also sie ist ganz plötzlich verstorben, Schlaganfall. Ich weiß nicht, wo sie die hingetan hat. Ich habe schon überall gesucht. Ich habe zu meinem Vater gesagt, ja, dann frag sie doch. Er hatte ja auch ein Nahtoderlebnis. Er hat mir auch immer gesagt, der Tod ist nicht das Ende. Ich sage, dann frag sie doch. Er guckt mich ein bisschen hilflos an. Ich sage, dann frage ich sie. Mutti, wo sind die Kekse? Und sie sagt, naja, das sind Lebensmittel, die habe ich ja nicht bei den Waschmitteln oder sowas. Und das ist eine Dose, die habe ich ja nicht im Kühlschrank. Guck mal im Konservenfach nach. Ich sage, Babi, guck mal im Konservenfach nach. Ja, im Konservenfach? Mach es auf, ist die Dose Kekse. Am nächsten Tag, mein Vater, Andreas, das Familienbuch. Ich weiß nicht, wo Mutti das Familienbuch hingetan hat. Die hat sich um solche Sachen gekümmert. Ich sage, dann frag sie doch. Und er, ich sage, ich frage sie. Mutti, wo ist das Familienbuch? Sie sagt, naja, das sind wichtige Unterlagen, wichtige Papiere. Die habe ich ja nicht in eine Schublade gelegt. Mein Vater hat schon alle Schublade aufgezogen. In eine Schublade kann was reinkrümmeln, reinkleckern. Das habe ich in einem Fach. Ich sage, Babi, Schublade, kannst alle wieder zumachen. Das ist in einem Fach. Er macht ein Fach auf, Kreuzworträtsel. Und sie, ja, das sind aber wichtige Papiere. Die habe ich doch nicht bei den Kreuzworträtseln. Ich mache ein Fach auf, Kontoauszüge. Und sie, ja, das sind alltägliche, wichtige Papiere. Das Familienbuch, das braucht man doch nur hin und wieder. Ich sage, Papi, wir können alle wieder zumachen. Das ist ganz anders. Er macht irgendwo anders im Raum ein Fach auf, wild rum, findet nichts. Und meine Mutter, ach, ernst, jetzt guck doch mal richtig. Ich sage meinem Vater, du, Mutti, hat gerade gesagt, ach, ernst, jetzt guck doch mal richtig. Er fängt an zu lachen, weil typisch meine Mutter fängt sofort an zu weinen, weil die war ja erst ein paar Stunden tot, greift tiefer ins Fach und hat das Familienbuch. So ging es in einer Tour weiter. Ein paar Monate später rief er mich an und sagte, Andrea, setz dich mal. Ich muss dir was erzählen. Ich habe meinen Haustürschlüssel verloren im Garten. Ich habe überall gesucht. Und dann habe ich es so gemacht, wie du es mir gesagt hast. Ich habe gesagt, Didi, hilf mir, wo ist mein Schlüssel? Und dann kam eine fremde Katze in den Garten. Meine Mutter und Katzen waren so. Katze, Mutter, eins. Eine fremde Katze mit erhobenem, gekrümmten Schwanz. Und wer die Katzensprache kennt, der weiß, das bedeutet, komm hinterher, ich will dir was zeigen. Er folgte dieser Katze, die lief um zwei Büsche, blieb stehen, da lag sein Schlüssel. Das ist für mich ein Beweis dafür, dass wir nicht an diesen Körper gebunden sind, dass wir immer versuchen zu existieren auf irgendeine Art und Weise und dass wir uns auch eigentlich nicht ändern, außer wir lernen dazu. Ja. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, ob der Thomas schon so erinnert ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich mich in dieser erlauchten Runde melden darf. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Mein Name ist, wie ihr schon gehört habt, Kaius. Und dieser Name wurde mir gegeben aufgrund meiner Schwingung, wie ihr ja wisst, sind für uns Namen auf unserer Seite des Lebens nicht wichtig. Was wir gerne zu eurer überaus fruchtbaren Diskussion beitragen würden, ist der Aspekt, was, wenn alle eure Leben vorleben, was auch immer ihr euch vorstellt, in diesem ewigen, heiligen Moment des Jetzt stattfindet. Wenn ihr dieses Konstrukt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das ihr euch zurechtgelegt habt, da ihr euch einst entschieden hattet, und das Zeit etwas Lineares ist. Wenn dieses Konstrukt einfach zur Seite treten darf und der Vorstellung des ewigen Momentes des Jetzt Platz machen darf, sodass, um euch ein Bild zu geben, die Zeit nicht linear, nicht horizontal, sondern vertikal verläuft. Was, wenn alle Änderungen, die ihr jetzt in Angriff nehmt, sich gleichzeitig auswirken auf alle Leben, die ihr als vergangen betrachtet und alle Leben, die ihr als Zukunft schaut, könnt ihr das nachvollziehen? Wir versuchen es. Ihr seid immer gleichzeitig in mehreren Schichten inkarniert, in unzähligen Schichten und gleichzeitig auch wieder nicht. Das Leben definiert sich nicht über Inkarnationen, sondern über das Sein, über das Bewusstsein. Sein. Und wenn ihr dieses Bewusstsein mit dem ewigen Moment des Jetzt verknüpft, dann kommt ihr diesem Geheimnis einen großen Schritt näher. Natürlich können Traumata angetriggert werden durch Erlebnisse, weil sie alle jetzt sind. Natürlich kann Heilung geschehen im Jetzt, für alles, was ihr als vergangen betrachtet, weil es das Vergangene nicht gibt, sondern das Jetzt. Wenn ihr dem Gedanken folgen könnt, dann werden euch und euren Therapiemöglichkeiten sich Neues offenbaren. Gibt es Fragen dazu? Wie können wir den Menschen helfen, diese Sichtweise leichter für sich zu verstehen? Indem ihr versucht, sie auf die Wichtigkeit des Jetzt hinzuweisen. Jetzt ist das, was ist. Jetzt ist das, was bewegt. Jetzt ist das, was zählt. Jede Veränderung des Jetzt wirkt sich auf euer ganzes Bewusstsein aus. Bewusstes Sein bedeutet, bewusste Entscheidungen treffen. Entscheidungen mit eurem Denken, euren Worten, eurem Handeln und eurem Fühlen als ganzheitliche Wesen seid ihr so viel mächtiger, so viel stärker, als ihr euch das je in diesem menschlichen Geist, den ihr zuweilen als zu wichtig betrachtet vorstellen könnt. Danke für die tollen Ausführungen, inwieweit seid denn ihr auf dieser Ebene noch an Musik interessiert? Wir sind an Musik interessiert, so wie ihr auch an Musik interessiert seid. Musik ist Schwingung und so wie alles Schwingung ist, ist Musik eine sehr hohe Schwingung. Wir unterscheiden verschiedene Musikrichtungen, wie ihr das auch tut. Wenn wir eure Seite des Lebens von der Musik her betrachten, da gibt es diese Musik, die therapeutisch eingesetzt wird von euch, mit entsprechend hoher Schwingung. Und dann gibt es Musik, die benutzt wird, um Botschaften zu vermitteln. Musik ist wichtig. Danke, dann sieht man, wie wichtig das die Musik ist. Juli, Lea So eine schöne Anmoderation habe ich noch nie bekommen. Vielen, vielen Dank. Aus der geistigen Welt. Ihr dürft natürlich auch jetzt zuhören, es ist klar, geht auch gar nicht anders. Juli, Lea, was denkst du, können wir mal noch ein paar Schwingungen hier in diese Sphäre senden? Ja, also ich glaube, ich habe den passenden Song ausgesucht, der heißt Phönix und handelt davon, dass die schwarzen Schafe der Gesellschaft so wie Phönix aus der Asche emporsteigen und ich glaube, das passt. Wir werden es genießen. Du atmest ein und nicht aus, deine Kraft ist verbraucht und deine Fäden ganz eingestaucht. Du warst die Kleine, die Maus, oft Trauer als Grau, das schwarze Schaf, das die Weisheit bestaucht. Doch in dir drin ist ein Licht, das deine Schatten zerbricht und in den Scherben spiegelt sich dein wahres Licht aus dem Feuer und aus der Blut. schmierst du neuem Mut und aus Asche und Stau steigst du zum Himmel raub durch Kämpfraum und Zeit im ewigen Kreis. Denn du fliegst weit durch die Nacht, hast alle Monsterwelle, bist durchs Feuer gereist, der Phönix. Der Phönix in dir ist befreit. Es ist endlich vorbei, die Zeit aus Tränen und Reis und deine Narben sind voll verheilt. Denn schon im Morgenrot wirst du jetzt neu geboren und dein Pech wird zu purem Gold. Und aus dem Feuer und aus der Blut schmiedest du neuen Mut und aus Asche und Stau steigst du zum Himmel raub durch Kämpfraum und Zeit im ewigen Kreis. Denn du fliegst weit durch die Nacht, hast alle Monsterwelle, bist durchs Feuer gereist, der Phönix in dir ist befreit. Oh, 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 oh. Durch Kämpfrau und Zeit, im ewigen Kreis, denn du fliegst frei. Durch die Nacht, hast alle Morse verjagt, bist durchs Feuer gereicht, der König für dich. Und aus Apfel und Stein, steckst du zum Himmel warm. Durch Kämpfrau und Zeit, der Phönix in dir ist jetzt frei. Ja, Juli, Lea, jetzt sind wir alle frei. Danke dafür. Aus der Asche, das Leben, genau, haben wir gerade gehört, durch den Thomas oder durch seinen geistigen Helfer, oder wie heißt der? Kajus. Kajus. Kajus sagt, wir sind jetzt im Jetzt, in Ewigkeit. Spannende Geschichte, Leben vor und nach dem Tod, alles im Jetzt. Da, glaube ich, gibt es noch viel zu erzählen, das ist sehr facettenreich, dieses Leben, dieses Leben vor, das Leben nach dem Leben. Aber leider sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Also für mich, ihr entschuldigt mich, ich muss erstmal der geistigen Welt Dankeschön sagen, dass wir das miterleben durften. Das ist ganz spektakulär. Danke, dass du uns das ermöglicht hast. Oh, bitteschön. Ich bedanke mich bei Jana, dass sie da ist. Für mich natürlich eine große Ehre, weil ich bin mit dir und deinen Büchern aufgewachsen. Andreas, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und Juli, Lea liebe ich sowieso. Danke, dass ihr hier wart und dass ich das miterleben durfte. Ja, und danke an die Zuseher. Das war Wurzelheimat. Bis zum nächsten Mal. Applaus